Ich habe keine Türen im Dingens. Quickstack. Ich habe Türen im Dingens. Wie auch immer. Ja, schön, dass alles so voll toll ist. Äh, da haben wir Müll. Lesser Healing Potion. Einen Skin will ich mal behalten. Zwischen ist Potion. Komm, hau rein. Ja, brauche ich nicht mehr. Er macht halt das, was der Magic Mirror macht. So, und es ist Tag geworden. Mensch, na sowas. Aber das, was wir wissen, ja, der ist es. Nie alt. Behaupte ich einfach mal so. Das ist so, wie wir. Ja, wir auch immer. Aber auch. Oh. Au. Ja. Au. Quick check, ja passt. Eins, zwei, drei. So. So geht's. Wir haben auch ein bisschen verschwinderisch mit den Bomben rum. Hauptsache wir haben hier... Wir haben wieder Dings voll, äh Platz frei meine ich. Da auch noch und hier und überhaupt. Komm fatsch, hier, da und hier und so. Komm da, für den Fitzer auch noch eine. Aua, Arsch. Na, gut. Arschloch Bomben, genau. Und Arschloch Bomben. Äh. Ganz genau das. So, wir machen was hier, ne? Und so, klopp. Quick check. Da können wir was rein tun. Was denn so? So. Schlau ist natürlich. Sobald wir irgendwann mal Quick stack machen, sind die eh vollständige Stecks. Ja, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Machen wir irgendwelchen Grützkram, die wir da wegschmeißen können. Ach, geht so. So. Schank. Die wollte ich ja behalten. Intrepid Megafon. Und was mal so. So. Ja, komm, die will ich doch mithaben. Äh. Ja. Ne. Weil Maschinen brauchen wir ja. Ah. Nerv. Schwierig. Vielleicht. So, bevor wir noch mehr Zeugs finden, was wir unbedingt mithaben wollen, verpiegel ich mich mal wieder in Richtung. So. Letzte Flieche in der andere. Gut. Also, Doppelsprung haben wir schon verbraucht. Gut. So. Gut. Ich kann mal kurz mal was nachrechnen. Ja, haut rein. Nicht ganz. Bier aufmach. Ja, Taschen voll. also wir uns noch weg stacken oh mann taschen voll taschen voll krala lol das kann weg das will ich behalten ich muss noch was weg stacken ne ist noch irgendwo Platz auch nicht zum glück ist es die letzte Kiste das ist natürlich nichts zu bedeuten ja alles voll ich kann nichts mehr einsammeln kaktus behalte ich mal ja komm da müssen die weg die können alle weg alles so sachen von denen wir massen haben mehr oder weniger die acorns können auch weg so weiter so nicht aber ich wechsle gleich wieder und bomben ach ja ja alles einsortieren wird auch noch eins spaß die tippen auch hier nicht einsammeln ich locke natürlich auch nicht ah ja immerhin ja ihr wollt mich doch nicht verarschen hier bau einfach ab danke ja ja mal überlegen mich das nicht noch da komm jeden Fibse hier weghau' hab ich noch Bomben? nein so mal gucken was wir da noch rein fix decken können besonders viel nicht äh das war es auch schon wieder äh erstmal weiter gucken so die können wir wegschweißen diese drei sachen brauchen wir nicht das brauchen wir nicht bei zwei mir auch mal so naja bomben und weiter jetzt weiter jetzt weiter jetzt weiter bomben genau oh so gut das wir mal da gewinnt haben soo weiter gehts also nicht das ist auch schon mal gut zu wissen 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 soo ooooooo cloudfall mann ich will den sand nicht ich will ihn da hin bauen so irgendwie und soo und weiter gehts natürlich nicht weil Taschenfall ist soo quickstack geht natürlich wunderbar ist äh gut ich hoffe es bleibt mal dabei dass wir alles oh da ist auch noch sand oh da ist auch noch schöne löcher in den sand geritten naja egal behalten wir jetzt ich hab kein bock mehr dazu ja ich hab kein bock mehr dazu soo noch irgendwas was wir nicht eingesammelt haben ja zum beispiel das ach ja zehn stunden später quickstack deposit all geht eh nicht soo den smart cursor mal abstellen noch irgendwas ja da das müsste so ziemlich alles gewesen sein das bombenkreis loch da reingerissen irgendwie oder hier ist aber auch wurscht äh ja wir können nach hause das machen wir doch gleich mal direkt und ja direkt ja direkt jo das ist alles richtig wahrscheinlich hab ich jetzt die kiste da liegen lassen ne gut ja die müssen wir erstmal mitnehmen und jetzt geht das quick stack wieder los oder wegpacken auf jeden fall quick stack cloud cloud wall cloud wall so alles wichtig wo waren jetzt die tränke so machen wir das wieder rückgängig weit quick stack quick stack quick stack quick stack quick stack perlwood hä ist perlwood voll kein stack ja quick stack hahaha ja lass den Ja, irgendwie so, äh, blut, ja, das kann jetzt alles mal da so sein, Quick-Stack. Ja, ja, nicht nochmal Loot All und so. Ich mach jetzt noch mal da hin. Und nochmal Loot All. So, weiter geht's. Quick-Stack, Cloud. Cloud. Machen wir's doch so. Wahrscheinlich haben wir eh noch mehr Clouds. Cloud, aha. Boah, Altert. Ja, super, jetzt haben wir mehr als genug davon. Also, wir farben, um uns Poltet hochzubauen, hätten, täten, wären, wollen, sollen, toll, sollen. Äh, ja. Wood haben wir auch. Ne, Quick-Stack. 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 Äh, das war schon alles irgendwie, ja. Nochmal Loot All. Und, Quick-Stack. So. So, jetzt lass mal die Waffenkiste abklappen. Moment. Good All. Ne, wir machen vorher nochmal das alles weg. Quick-Stack. Cloud Wall. Cloud Wall. Cloud Wall. Cloud Wall. Da, hier sind wir auch noch. So, hier sind wir auch noch hier. So, hier die Waffenkiste, ja. Quick-Stack. Möbel und so. Da finden wir die auch leer jetzt. Loot All. Na, fast. Ja, nix zu schick. Cloud Wall. Cloud Wall. so jetzt aber leer vielleicht mal evan wood haben wir nicht eins dauerung oder weg nicht aber abgebaut werden so graf hobby haben wir hier unten irgendwas was wir ja zum beispiel die waffen so braucht man eigentlich hätte entsparen können so weiter geht es war keine ballons mehr scheinbar nicht alle verbraucht wie es aussieht und auch ist ja gut zu wissen jetzt haben wir wieder drei stück Prozent kann ich nicht auch mal da sind. Ah ja. Nein. Ja. Wo haben wir eigentlich die Seile? Ich glaub das war in der Bastelkiste, ne? Ja. Quickstack. Reicht so. Passt sogar noch, meine ich. So. Haben wir irgendwelche irgendwelche Monster Drop Ekelkram Raffelkiste die noch Platz hat. Not really. Das ist doch das ist doch hier. Ja. Ja. Wird hier gar nicht rein. Briffe, Material, ja. Aber ich kann es aber nirgendwo hinlegen. Aber wir gehen in eine der Accessory Kisten. Haben wir noch eine? Ne. Aber wir haben ja eine freigelegt. Ne. Brauchen wir gar nicht. So. Ein bisschen unkontakt. Oh. Haben wir da noch welche von? Lucky. Schlag nicht tot. Violent. Hard. Quick. Sind beide scheiße. Aber egal. So. Irgendwo hatte ich doch die. Ja, da ist noch die Quickstack. Ebenwut. Habe ich nirgendwo, ne? Ne. Könnte ich da mal irgendwie was um da dekonieren. Ja. Kann doch auch scheiße was um zu dekonieren. Könnte einfach da rein tun. Gut. Äh. Nein. Wie wärs damit? Äh. Silber Bullet. Ach. Das müssen wir auch noch in einer dieser Kisten tun. Wie wärs damit? Da. Und. Da. Und das wollte ich allein tun. Vor allem. So. Äh. Achja. Das gibt's ja auch noch. Wo hat die denn? Achso. Ah. So. Ah. Halbsexten umsortieren. Dräng. So. Was noch scheißegal ist. Aber wir machen es einfach trotzdem. Ja. Schlau. Sinnvoll. Mal nicht. Sinnlos. Whatever. Quickstack. Nein. Äh. Äh. Ja. Da ist Quickstack angesagt. So. Kann sich nur um Schunden handeln. Heiterer Quickstack Spaß. Ja. Ja. Aber es ist eh gleich fast schon Zeit für den Break. Ja. Aber es wäre hier sowieso einen folgenden Break reichen. Eine Minute circa. Hm. Was wollte ich jetzt? Das wollte ich wegpacken. Das wollte ich wegpacken. Wo kann der Kaktus sein? Da zum Beispiel. Silver Bullet. Äh. Warte mal. Wie mehr das wäre da? Ja. Hier unten. So. Zum Beispiel da. Äh. So. Komm. Wo ist das da? 10? Achso. Ich dachte es wären gerade 4. Wir hatten 9 gerade gehabt. Ich dachte es wäre irgendwie von 4 auf 10 gestiegen Zahl. 90 Stunden. Also ganz viel mehr. Wir müssen. Naja. Wäre ein bisschen sehr lächerlich wenn wir auch immer so viel finden. Ja. Schön dass wir hier so ein bisschen die Graffel aufsammeln. Wie auch immer. Ich werde gleich mal. Wups. diese Aufnahme beenden. Ich gehe nochmal zurück. Und dann mal gucken was ich bei der nächsten Aufnahme mache. Vielleicht gibt es ja auch schon mittlerweile genug Vorschläge. Was wir. machen können. Wenn es überhaupt mal welche gibt. Wäre halt schön. Aber vielleicht bauen wir ja schon in der nächsten Folge. Ander Wolke. Also die Häuser auf die Wolke. Naja. Okay. Dazu müssen wir jetzt mal die Wolke hin bauen. Und das werden wir auf jeden Fall nächste. Oder das werden wir. Höchst wahrscheinlich. Nicht auf jeden Fall. Höchst wahrscheinlich. In der nächsten Folge machen. Schon mal die Wolke selber bauen. Aber noch keine Häuser drauf. Häuser. Und. Und. Auch die Wolke. Wenn das nicht so richtig zum Hausvorschlag passt. Ich kann es immer nochmal abreißen. Oder komplett umbauen. Ist auch wurscht. Bauen müssen wir sie trotzdem. Oder das kann ich ja auch. Schon mal im voraus machen. Während ich auf Vorschläge warte. Und hoffe. Gut. Ah. Klöpp. So. Jetzt aber. Es ist genug gesagt. Und. Ja. Sinnlose Sachen gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich werde vielleicht noch heute eine kleine. Ja. In eigener Sache Folge. Let's bla bla. About Terraria hochladen. Ich habe versucht eine Blume zu nerven. Die ist mir aber gerade scheißegal. Also da rechts. Äh. Das heißt also. Ich werde. Noch ein paar Screenshots machen. Oder ein paar Bilder. Oder. Wie auch immer. Ihr seht es. Oder habt es schon gesehen. Oder werdet es nie sehen. Mal gucken. Ich mag es trotzdem kurz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In der nächsten Aufnahme. Und wie immer. Verabschiede ich mich mit allem. Bis denn. Dann.